ARD Text im Auftrag von Funk Warum haust du mich? So, hallo und herzlich willkommen zu einem Minecraft Bedrock Tower Battle mit dem MosiPlace. Hallo. Dann mit Paul. Hallo. Und mit... Nein, hier ist Patrick! Hallo. Ja. Nein, hier ist Patrick. Okay. Gut, ich bin Team Blau. Ähm. Nein. Wir machen zusammen oder Zweiteam, oder? Ja, Zweiteam. Ich muss jetzt meine MacGliff-Musik ausmachen. Ich kann den Knopf nicht sehen. Ja, okay. Ihr seid jetzt alle bereit. Übrigens hallo auch von meiner Seite. Okay. Ja, dann drück auf den Button. Klappt es oder klappt es nicht? Nein, es klappt nicht. Gott sei Dank. So, Aufnahmestart. Wollen wir den alten Skype gehen irgendwie? Oh, stimmt. So, rufe ich kurz Paul an. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da ist er. Oh, Alter, geh ran. So, geht doch. Guten Tag. So. Also, wir spawnen auf jeden Fall erstmal ein paar Kühe und Porn die alle hier. Hallo. Also, wie die alles zu mir her gehechtet kommt. Es ist total lustig. Ich muss auch noch Aufnahmestand 321. Die Leute sind wir nach dem KT. Ja, jetzt geht es endlich los. Und ich hoffe, mit einer Aufnahme wird meine Maus nicht mehr gehen, weil ich habe immer alles muss. Ja. Sie bringt schon die ganze Zeit. Das hier gleich der. So, ich mache dann mal Bäume. Ja. Ich habe das schon mal. Also, ich habe schon mal einen Test gemacht. Und ja, dann. Also, wir brauchen noch viel Verleitern. Aber eigentlich kann man das auch so machen. Mit Game und Auto fliegen. Nein. Nein, Jun. Wir holen uns einfach erstmal Eisen. Dann machen wir uns Eimer. Hä? Ich kann jetzt gehen. Hä? Total komisch irgendwie. Wir machen uns dann einfach Wasser einmal und damit können wir uns auch hoch. Äh. Die ganzen. Hochwassern hochschwimmen. Keine Ahnung. Oh. Voll süß. Die ganze Kühe. Oh. Voll knuffig. Boah. Also, die Ausnahme sollte übrigens eigentlich so sozusagen mein 50 Abonnent Special haben. Also, ich habe jetzt euch schon 42 Abos, wenn ich richtig gesehen habe. Und ja, dann möchte ich euch dafür einfach danken, dass ihr mir so einen Start auf YouTube gegeben habt. Oder immer noch. Gebt halt. Und ja. Das war's dann auch schon mal. Ja. Ich mit meinen mickrigen. Ich mit meinen mickrigen 20. Ja, schau doch mal. Ja, schau doch mal. Bei Conny vorbei. Jaaaa. Hab ich mir in der Beschreibung verlinkt. Du bist zu lieb zu mir. Oder ich schreibe aber die Namen. Ich geb Bock hab nachgebrochen. Bauen schon mal Holz ab. Singst du, was ich gerade mache? Ja. Da mach dir, mach dir, mach dir, wenn du genug Holz abgebaut hast, äh, ne Holzpickle, bau Stein ab und dann mach dir mein Stein ab. Ich hab das schon gespielt, übrigens. Ja, schon oft genug. Ich kenn das, ich kenn die Map fast auswendig. Ich hab's nur einmal gespielt und da hat mein Kumpel gehackt. Der sei verklautig mit Notos hochgeflogen und hat uns alle verarscht. Hier wird's scheiße. Das leckt ein bisschen bei mir. Ich hab, ich hab, ich hab nur 20, ich hab nur 20 FPS. Ach so, der Server dann leckt er nicht, dann ist das ja in Minecraft. Ist total komisch gerade. Ich guck mal kurz, ob ich da irgendwas verändern kann. Es ist halt scheiße, ich hasse Fraps. Aber ich kann leider nicht mit, ähm, DX Story aufnehmen. Ups. Kann leider nicht mit, äh, DX Story aufnehmen, weil, äh, da mit der Audiospur irgendwas nicht hinhaut. Ich weiß nicht warum, aber es ist anscheinend so. Ist ganz schön nervend. Äh, 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 anscheinend. Irgendwer werden die Texturen bei mir auch nicht angezeigt. Komik. In der Tat. Warte, wenn du Stein abbaust, dann geh ich dir hier nur noch mehr Holzpick, denn die wird nicht reichen. Bei der letzten drei Stein geht sich kaputt. Ja, ja, ich weiß was. Oh mein Gott, woher weißt du das? Oh my fucking God. Oh. Boah. Boah. Aber echt krass. Ich hab grad wirklich nur knappe 30. 27, 28, so in der Drehe. Alter. Dann ist er wirklich, dann leckt's ja eigentlich nur nicht bei dir. Also nicht so gut, dass du jetzt, dass sich Mikrofonen verwegt. Oh, doch. Na, das nicht, aber trotzdem, es reicht. Ich glaub nicht, dass ich so kämpfen kann. Wär cool. Vielleicht kriegst du ja auch an den vier Kühen. Nein. Alter. Es liegt einfach daran, dass die Map so hoch ist. Und ich meine Grafikeinstellung auf Farhub. Ich kann ja auch nur auf Tiny stellen, aber es verändert sich auch nichts. Immer noch 27 ist fest, also daran liegt's auf keinen Fall. Alter. Ich mach jetzt einfach Farhplus, Alter. Ich mach jetzt auf Xtreme. Ich hab jetzt auf Xtreme gestellt. Ich kann jetzt bis vorgucken. Bis hochgucken. Übers krass. Voll krank, äh. Erfolgt. Technischen Forscher. Erzielt. Oh Gott. Ich hab meinen Inventar geöffnet. Wie geil. Alter. Weißt du, wie OP das ist, wenn man sein Inventar öffnen kann? Wenn man das Inventar öffnen kann, dann hat man gewonnen. Weißt du, dass die Spitzhacke bei mir genau bis zum letzten Block gereicht hat? Bis zum letzten? Ja. Bei mir ist die bei den letzten drei Blöcken abgekratzt. Ich glaub, das ist unterschiedlich. Komik. Glaub ich zumindest. Alter, es liegt so. Komik. Oh. Das ist nicht schön so. Ich weiß halt auch nicht, warum es leckt. Weiß ich auch nicht viel gegen den Kühn. Weil die einfach so hesslich sind. Okay. Also, wir müssen uns auf jeden Fall einmal machen und ganz viele Leiter. Scheiße. Oh, wie dumm ich bin. Ich hab grad einen Holzblock abgebaut und dann hab ich rechtsweg gemacht. Mach dir schon mal ein Steinschwert und Kiel die Kühl. Nö, nö, ich mach grad grad was anderes. Wer bist denn du? Du baukohle ab. Ich bin grad beim Eisen. Lord. Oh. Holz ist halt wirklich die wichtigste Ressource in der Map. Also, ohne Holz könnte man hier überhaupt nichts machen. Hm. Das stimmt. Aber mach auf jeden Fall Steinschwerter, dann können wir uns... Ja, dann können wir die Kühl abschlachten und dann... Und du kannst schon mal die Kohle hier abwärmen. Die da in der Ecke ist. Ich hab übrigens immer noch ein Steak. Von vorn zum Spawn. Ich hab zwei. Hm. Oh mein Gott. Äh... Verrat. Hat jeder ein Leben oder zwei? Wieso wir das machen? Na... Ah, ne, 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 ne. Das ist ja so, wenn man tot ist, wird man ja eigentlich da umgespawnt. Also eigentlich. Oder ein Leben. Wir gucken, wenn man da umgespawnt wird, dann... ist es so, wie halt, wie halt, wie man da halt spielen muss, dass der andere Teampartner den dann halt befreien muss da oben. Naja, das halt nicht so ist dann... Ja, so ist es ja. Dann hat halt einer... Dann hat man halt nur ein Leben. Oh, ein Apfel. Kriegt man hier überhaupt Hunger? Kriegt man überhaupt Hunger? Ja, weil ich hab irgendwie... Ich krieg überhaupt keinen Hunger. Und ich sprinte die ganze Zeit wie so ein Bekloppte hier hin und her. Ich hab auch friedlich gestellt. Das ist nun nicht so gut. Aber da muss ich mich wieder OPen. Und dafür muss ich jetzt die Serverkonsole öffnen. Naja, dann lass es einfach sein. Es ist scheißegal. Ich baue schon mal Eisen ab. Du kannst ja Öfen machen am besten. Ach, ich hab noch... Ich hab noch 60 Stein. Ich werfe das einfach mal runter, dort wo die Leitern sind, liegt Stein. Was soll ich machen? Na, Öfen. Ja. Okay, ich geh da mal zu den Steinen. Mach das. Ja, wer hätte ich jetzt auch gesagt? Also... Okay, Leute. Dann sehen wir uns noch mal kurz im Cut wieder. Bis gleich. Ja, bei mir läuft die Aufnahme noch weiter. Halt's Maul. Nein, nein. Das war's OP-Ber. Oh, Gott. Du hättest es auch einfach in der Konsole eingeben müssen. Du hättest dich nicht OPen sollen, ne? Naja, egal. Halt's Maul. Ja. So. 3,2,1. Yo, Leute, wir haben hier nach dem Cut, jetzt ist es auch easy gestellt. Das heißt, wir verlieren jetzt auch Hunger, und... Sie fällt die ganze Zeit eisen vor Münde. Eisenrägen? Tut ganz schön weh, da unten, hm? Mh. Ja, ja, wenn sowas auf den Sack fliegt, dann kann das schon weh tun. Ja. Wenn du so ein Eisenbahn draufgeknallt kriegst. Oh, Alter. Boah, ich wäre mir das ganz klar. Ich auch. Der hat so ein Teil auf den Sack gekriegt, ey. Oh, ich hab mir gestern die Eier entflügt. Bäh, egal. Egal, ich sag jetzt keine Details. Oh, Alter. Hast du schon hier Öfen? Gut. Nee, hab ich nicht. Ich hab mit den Steinen ganz viel Schleifte gezeigt. Ja, gut, 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 gut. Nee, super. Äh, scheiße. Jetzt haben wir natürlich keinen Stein mehr. Du hast noch Stein, oder? Ja, hier sechs. Gerd. Oh, Gott sei Dank. Hätt ich kommen. Nee, ich hab kein Holz mehr. Ich hab noch ein bisschen hier. Warte. Krass, das... Das ist hier doch eh alles ercheatet. So wie ich dich kenne. Guck doch, wo die ganzen Bäume hin sind, also. Ja, ja, ja. Ja, die hab ich auch weggecheatet. Ja, wenn es schneller geht. So kenne ich dich. Der Kuh, ey. Der Watt ab 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 ab, nee. Ah, jetzt krieg ich Kuh nicht. Kuhschubser. Oh. Gott sei Dank verliert man jetzt endlich Essen. Ich mein, so geil ist das zwar gar nicht, aber... Sonst wäre es kein Bettel, sonst wäre es auch ein Bettel. Ja, ja. Deswegen ist jetzt gleich auf die zwei Städte, die ich noch aufbauen. Ist du gleich weiter? Loll, Loll, meine Mann, meine Maus, der. Nein, auch meine Hände, ma'n. Warum hab ich mal... Nee, die Hände gewaschen, jetzt krieg ich den... ...den Akku nicht raus. Ah, jetzt hab ich... Oh, ja. Alter. In die Auflassstation reinstecken. Ja, reinstecken, ja, ganz... Ha, ha, ha. Ha, das war lustig, lustig. Okay, ah. Jetzt den... Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Alter. Jetzt geht's meine Maus wieder. Fickt euch! Nimmst du eigentlich auf, Jan? Trろう, lolololola, lololololola. Trolololola... Nimmst du eigentlich auf, Jan? Ja, klar. Trmäßig, glaube ich, das ist dein Cut. Trolanlala! Ha, 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 ha. Hey, die Kuh, Alter, die ist voll brutal. Ja, Mann. Die Box schon Leute rum. Nein, die hat den hinteren gebissen. ich habe ja noch weiter alter stelle das recht gerade vor die wir waren immer der fahrzeit so mit dem bereichert um mein gott alter da waren tiere mein vater würde man so in dem Prozent gehege mit den sieben oder so der dritte haben ein was hat er den ziehen gemacht und ist so mit den Hörnern auch mal auf den in den Arm voll in den Anus vor er so auf dem Hintergrund äh das war so geil mir ist das zum Glück nicht passiert weil ich ich bin fast immer draußen weil ich euch die Tiere schon immer gehasst hab äh ja weil ja ich hatte mal Angst dass sie das bei mir auch machen ich hatte schon immer vor solchen Insekten ich habe auch vor Insekten ja ja ich wollte aufs nächste Thema kommen Alter ich habe auch Angst ich hasse auch solche Insekten solche Spinne ja keine Ahnung nein das sind keine Insekten hör doch auf man ich hasse solche kleinen Viechis so wie Spinnen Westen Mücken und alles alter Mücken sind einfach scheiße oh ja Mücken sind einfach hässlich manchmal denke ich mir auch so immer so eine Fliege ne Alter ich zog dann immer so zusammen ne nur wenn so eine Fliege irgendwo ist ich kann nicht nein nicht weil nicht wegen eklig und so sondern wegen so nur wegen Erschrecken und so weil ich immer denke dass irgendwie so eine Wespe oder so vor allem denn in den Sommerferien dass das so eine Momis ich hab dir mal ganz stolz gegeben ey ich kann mir gar nichts machen ich hab einfach gar nichts doch du hast das hier ja ich hab das alles für ich hab das alles für ähm hier Dings hier für Alter ich bin zu blöd dieses Wort auszusprechen für Leitern genau ich hab kein Holz mehr ich hab wirklich kein Holz oder ne ich hab kein Holz ach Gott ey boah soll ich dir auch ne Eimer machen ja für Lava oder für Wasser Kürz die Kiste oder so filmen und es ist er keine Ahnung Prozent straight Bakunen ich bin doch auch er kann zwar alles ich weiß ja nicht wie es mit euch aussehen aber ich kann den Typen überhaupt nicht leiden ich mag den das Volk für den Geister Richtigkeit Boa schaffe den ich weiß wir brauchen Kohle keine Kohle mehr Kohle ist doch in der Truhe noch war das ist so ein Tor warum schreibt der XD ich habe keine guten Befürchtungen oh Gott was hat er denn schon wieder gemacht du sollst den Typen übrigens ich habe keine OP mehr oh Leute Alter wie mich sowas aufregt ne hast du Leder ja ne von Kühn und so und hat's geklappt? wo der Teppet? keine Ahnung wo das Teppet wo du musst du nicht immer gleich OP geben ne ich hab den gar nicht OP gegeben mit dir mein ich hab ich auch gar nicht gut ich hab seine Kontrolle geschaffen ja okay ich meine wenn sie keine Antwort geben das ist das Problem 3 2 1 da sind wir nach dem Cut wir haben keine Ahnung vor dem ob der Tepp wurde und ja das ist das Problem hey ihr seid so am Arsch ey ja äh äh ich bin schon oben ich krall mir mal die Kisten und so ne in der Mitte ja hol ich mir die mal bist du ganz oben? ja ich bin ganz oben hast du die Kisten auch an der Seite mal genommen? nein ne nein ich musste erstmal hoch ich bin erstmal nach oben gegangen warte ich hol mir jetzt noch die Kisten wir wollen Team Blau ne ja komm ich da runter? ich darf wolle abbauen ne hast du auf die ja gut hast du auf die Dias? ja ja hab ich alles schon ähm das reicht aber auch nur für full Dias für einen oder? nein für beide? ja auch für beide Dias Schwert? ja locker also dächt dich zumindest ich hab 54 Diamanten müsste eigentlich hinkommen theoretisch ja das ist halt geil wenn man hier so runterfliegt oh! oh das war scheiße knapp ey äh du hast äh mach dir mal Bücher ach ne scheiße die muss ich mir noch holen ja die muss ich noch holen ist doch gut ruhig was machst du? alter das ist so sinnlos die Taktik aber egal ich mein sinnlos ist jetzt nicht wirklich aber schon irgendwie keine Ahnung nicht gerade so die beste aber nicht die schlechteste na gut mit Leitern geht's einfacher alter ja hätt ich mal Holz ich hab ich hab noch übern Stack Leitern man ach ja ach ja ach ja doch eins mal übrigens wer das Maus klicken immer hören sollte das liegt an dem Mikrofon weil ich ja nach vorne rein spreche und auch vor mir praktisch also vor dem Mikrofon praktisch äh die Maus liegt nein lass mich den Block da setzen na hab die Bücher das ob sie ehren und ihr Erfahrungsflächchen wie viel Erfahrung hast du schon? 19 wo bist du? ähm gerade auf dem Weg nach oben auf der anderen Seite ich kann so echt nicht ich kann alter krass der Junge geht ab ich bau einfach mal das Redstone mit ab wahrscheinlich hat der jetzt ein Steinschwert ja hat der auch ich hab auch nen Steinschwert ja ich auch na nur generell so wie schnell das ist oh doch schon bei den Dias äh alter was ähm kannst du mich bitte rausholen oder ne tp mich tp mich tp mich tp mich tp mich tp mich mach hallo würde ich ja super gerne warte kurz kurzer Cut wieder alter warum cuttest du? lass das einfach weiterlaufen man das ist ne Frage von ein paar Sekunden alter im Ernst ja aber ich hab mir ja keine OP gegeben alter ich geb mir jetzt einfach eine OP dann kann ich das die ganze Zeit machen alter warum macht das doch einfach eine Konsole ja aber die Konsole kann ich ja nicht öffnen während ich nicht im Vollwildmodus bin man oh alter ist der andere auch gestorben ja aber egal du kannst ihn ja immer noch porten ja schon mehr ich schon mal kurz das Zeug ne wieder zurück so lol was liegt hier alles noch rum scheiße ich hab jetzt zu mir tp ich hab jetzt noch 5 Level also 3 2 ja so sind wir noch den Cut ich hab eine logische Methode gefunden wie wir das jetzt die ganze Zeit ohne die ganze Zeit ein Cut zu setzen hinkriegen einfach auf den Gehmetern und dann kannst du das einfach machen ja ganz schön so ein schlauer Junge aus Beile Prozent Indirekt schon Menschenbogen hätte Warte wo bist du ich mache jetzt gerade Rüstung Kunden warte 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 dann werde ich dir was runter ja das wäre ich darunter und das irgendwo da müsste es landen bei dir oder im Wasser irgendwo ich hab dann steckt äh einen halben Steck da ich sehe es ich sehe es ich komme so schnell voran weißt du ich glaube es wird knapp mit einem Schwert noch mit einem Dia Schwert aber auf jeden Fall kannst du dir Rüstung machen ich mach dir Rüstung ne mhm oh ok es reicht noch wir brauchen noch 2 Dias alter das reicht perfekt lol ey kommst du runter oh god äh wirf mir mal bitte Leder runter oder oder warte ich farm grad welche ist einfach nein 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 ich hörste rum so aber ich hab gar keines werfen alter stage 4 stage 4 ich hab noch Spinnennetze von Spinnen warte ich werd hier so vor die Enderkiste oder so 22 Spinnennetze äh ja ich kill grad ein paar Kühe und so bei dir das ist so scheiße ey und ich werd hier noch ein Wasser einmal ich hab wirklich 23 FPS wieso weiß ich nicht ich hab überhaupt keinen Plan ich hab da äh wenn jetzt nach rechts läuft dann sind da ganz viele Sachen für dich oh toll ein Wasseräumer ich bin nicht ja ich weiß ich bin jetzt übrigens eigentlich nicht aus dem pvp kam du hast irgendwas du hast einen Tintenfisch runtergeworfen alter nee hab ich nicht was dann ist er da gespawnt hier ist irgend so ein komischer Tintenfisch hier ist einer grad gestorben der ist einfach so runtergeflogen ne keine Kohle mehr gehabt nee ich hab den Rest da reingetan und wir haben sieben Kohle ähm aus Holz ja was ich habe überhaupt kein Plan was ich jetzt machen will oder soll ach ja ich mache am fuck wo ist mir ein Ambos weiß es zufällig ja äh welcher Seite meine ich äh da wo ich mich jetzt gerade mit Wasser hoch Dinkse auch gegenüber davon weiter oben da ist gar nix doch da wo die Fackel ist doch ach da ach so ja ich mach jetzt erstmal kurz ich muss noch kurz Holz machen äh ich brauch Sticks alter boah doch schon so weit jetzt hat er ein Steinschwert ich komm mal runter oh ne guck mal ich springe huiiiiiii oh das macht Spaß das blöde ist nur ich brauch Leitern äh hast du mir noch ein DIGA Schwert gemacht oder ja ja ich hab doch DIGA Rüstung gemacht ach so ja ok man wir brauchen mal richtige Bäume bleib mal stehen bleib mal stehen ah ne nein hast du zwei DIGAs zwei DIGAs noch ja für ein Enchantment Table boah eigentlich hab ich doch jetzt schon nein da hab ich schon aufgepasst da hab ich wirklich aufgepasst ok warte mal bleib mal stehen bleib mal stehen bleib mal stehen nein warte warum denn warum ich es sind doch deine Mann nee du kannst erfülllich mit dein Schatten so wo ist das jetzt der Amboss da hier ne da war ja da ach ja ähm das dauert so scheiße lange hm ich kann nicht hier aufstehen dann wird es schneller hm man nein was tust du nicht facilitate ja ne widers wer wird die Leiter gut guck mal Kuhlin Kuhlin die vier Schülparen Kuhmann der Schilder und waren ja auch schön warm ja er hat ein ein halbes Herz aber ich hab echt ein halbes Herz in einem halben Herz überlebt Alter die Kuh der Schilder und Schilder Scheiße Alter was bin ich eigentlich für ein Monster die Kühe duschen in Lava was ja nicht im Ernst oder doch klar duschen die in Lava also du hast natürlich auch keine Lava gesetzt oder so ne nein ich hab mir direkt Stave ja ich weiß es ist ja logisch ja ich weiß aber bei mir sind die Freunde die ganze Zeit verbrannt deswegen okay diese hier duschen Alter ich muss hier so aufpassen so verbrenn doch stirb ich überlebe das gut sterb oh Alter Arschloch okay ähm ich bin mir mal bitte das Leder ich hab zwei drei hab ich oha du brauchst Bücher ja hier da ist die Alter Charmertable und so einfach so ein 64er Steak krass ja findet man in den Kisten aber sonst ich weiß aber trotzdem ihr seid ja richtig ach scheiß richtig weiß es war jetzt nicht grad schlau dass ich auf meinen Schwertverbrennung drauf gemacht hab es ist geil äh nein weil ich jetzt nicht weiter enchanten kann nein ne das ist sehr mies für dich ja ich weiß ich hab noch sechs Level auf was uns sehr enchantet auflegen ich brauch ich brauch mal warte ich mach mal den Power 2 Bogen boah alter schutzsicher hol rauf das ist nicht schön boah alter mach mal das Wasser weg ey das ist so nervend geht nicht oh was hast du gemacht achts er kann um was einmal und jetzt habe ich mir Oha Junge ich hab auch um die erschwert Haltbarkeit 1 hast du eh nicht alter ich hab ein Level 1 und schaffend kacke das ist wirklich scheiße ne aber wir können jetzt schon hin und die töten ja aber ich muss ich entschuldigt noch kurz meine Spitzacke einfach so ich brauch auch Eisen ich brauch Eisen ich brauch Eisen äh ich hab kein Eisen ich weiß aber hier sind noch genau drei Eisen drei Eisen das heißt ich kann mir genau noch eine Eimer ja krieg ich überhaupt noch ein Eimer weil ich hab nur ein Wasser Eimer ein Wasser Eimer ist jetzt nicht so das Beste ich hab kein Eisen mehr ne du hast doch noch Eisen mann hast doch grad gesagt ja das waren genau drei ja willst du Schnelligkeit haben mhm wieso halt nicht hast du im Trank gemacht ja ich hab ein wie das gefunden in den Kisten theoretisch könnten wir noch zu den anderen Völkern die nicht besetzt sind hin weißt du und dann dort einfach noch klauen aber ich weiß nicht ob da die Zeit uns dazu bleibt einer von uns kann das ja machen und der andere hält die anderen in Schach oder so ich hab übrigens schon Stärke 2 Bogen weil ich die im Amboss zusammengefügt hab oh yeah wenn ich jetzt schießen würde das wäre so müß ich könnte mich trotzdem noch aufhalten ja ja ich lass es aber einfach alter wie dumm bist du eigentlich manchmal du stirbst aber nicht oder ich hab erst drei Herzen verloren jetzt mein Wasser mein Wasser mein Wasser hier die Truhe die Tränen hier die Truhen habe ich schon alle geholt ich guck mal Alter sind die schlecht die sind ja wirklich schlecht ey ich war gar unter ich hab überlebt zum Glück war das Wasser noch nicht weg, Alter, sonst wäre ich jetzt gestorben oh jetzt muss ich den ganzen Weg wieder hoch ich glaube ich mach das jetzt wirklich was? nichts nicht einmal abschließend weg und dann nicht mehr was anderes was anderes ist nicht gut ich schwimme grad die Ressourcen von den anderen das ist so gemein ey ua alter na gehst du da rein, nein voll krass voll groß und so bro jetzt alter oh wie scheiße knapp das grad war alter das ist so lustig, hörst du schon mal grad noch alle erfahrungsflächen alter ich bin jetzt level 15 hast du dir jetzt nur von einer seite noch geholt oder? ja ja nur von einer seite ja ich weiß, hatte ich ja eigentlich vor hatte ich ja eigentlich vor so blöcke gut zu mir als blöcke hier oben gut dann kann man hier um stärker zu machen ich bin genau bei Musi vielleicht ich stand genau an der Wand wo der grad war, alter wie geil die sind grün, ne? ja ich seh die gar nicht hä? hä? das ist dein server bug grad ein bisschen rum ja ja jetzt geht's wieder ja ich weiß nicht ich schaff mal den sprung ich bin misstrauisch ah alter wie leise das grad hier ist ja nein eigentlich nicht aber ich muss mich voll konzentriert, damit ich überhaupt das Wasser so gut platzieren kann damit ich überhaupt nach oben kann weißt du weißt du was ich meine? verstehst du? verstehst du? verstehste? verstehst du? so ich bin wieder ganz oben so Team Grün, da sind sehr Ach, du bist wohl bei denen? Mhm. Aber du gehst nicht ohne mich runter, oder? Ich bin schon unten. Oh, Junge. Das ist mir doch auch ein bisschen Spannung, ey. Jetzt komm ich. Alter, wie geil! Ich hab ihn gleich, ich hab ihn gleich. Ich hab ihn gleich. Ist ja auch irgendwie einfach. Äh. Oh, sorry. GG. Okay, Sie können in der Aufnahme nachgucken, also. G, 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 G. Ja, ja! Okay, die haben irgendwie sehr nur wie ausgerüstet. Ja, also ich glaub, die, ich glaub, die hat, was? Ja, noch nicht mal voll hier. Die hat nichts entschattet, der hatte, der, guck mal, was er hatte. Der hatte das, 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 das. Na ja. Ja, das. Na ja. Aber nicht der Fall. Ja, ich weiß. Okay, dann danke fürs Zusehen und wollen wir jetzt noch in die Konfigurente, weil wir irgendwie keinen Bock. Ja, ich auch. Okay, äh, dann verabschiede ich mich hier für in diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bewerten nicht vergessen und auch ein Danke an Paul und die anderen beiden. Tschüss. Tschüss. Ja, ich würde, ich würde, ich würde mich auch über eine Bewertung sehr freuen. Äh, ja, danke, dass du mitgemacht hast, Conny und danke auch an die anderen, falls ihr das Video gerade guckt, keine Ahnung, ob ihr das guckt, weiß ich ja nicht, müsst ihr wissen und ja, dann würde ich, äh, sagen, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme und nochmal ein Dankeschön, dass ihr mich, dass ihr mir einen schönen Start mit 50 Abos auf YouTube gegeben habt. Wie bereits gesagt, schaut auch mal bei Conny vorbei, ist in der Beschreibung verlinkt und, naja, dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme und bis dahin, tschüss. Jo, tschau.